Moin Moin zusammen, hier ist der Klabautermann, der nicht Auto fahren kann. Ich bin ja eher so ein Wasserwesen. Wir spielen Cyberpunk 2077 und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben einen Teil der Hauptstory letztes Mal abgeschlossen. Und jetzt freue ich mich gerade, warum ich da zwei Spuren habe. Jetzt habe ich hier nur eine Spur rechts oben in der Map. Ja, und ich fahre jetzt, weil ich zwei Ziele eingegeben habe. Das eine ist die Hauptmission und das andere ist, ich habe gesagt, ich würde gerne erstmal nach Hause fahren. Das ist dann die weiße Spur auf der Map. Oh, sorry. Das war ein bisschen spisselhart. Ich hoffe, dir geht es gut da drüben. Ja, ich will erstmal nach Hause fahren, mein Inventar auspacken, vielleicht dort das eine oder andere verkloppen. Und dann schauen wir, welche Missionen wir weitermachen. Wir haben die letzten Folgen einen Bot uns erobert. Was ist denn hier das Geballerer? Was ist denn hier das Geballerer? Geballerer bei mir vom Haus, kann ich gar nicht leiden. Zumal die hier ziemlich viel Zeug haben, wo er wahrscheinlich ziemlich viel auf Schrott ist. Na, Officer? Echt? Und das ist voll okay, dass ich mir hier die ganzen Sachen snacke, die die dabei haben. Ja? Wo finde ich das? Ah, okay. Weiß Bescheid. Klar. Kein Problem. Kann ich hier? Ne, hier kann ich nur kaufen. Ich dachte, das sei vielleicht so eine Maschine, wo ich meinen überschüssigen Kram verkaufen kann. Aber ich glaube, dafür muss ich zu einem Waffenhändler, oder? Du hast zu viel dabei. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Aber das ist schon heftig, wie viel mich das einschränkt. Ich glaube... Dann werde ich doch die eine oder andere Waffe hier nochmal fallen lassen. Bei 211 sind wir. 203. Das heißt, mit einem... Jetzt bei 68. Da ist bei 63. Mit einem solchen Gewehr sind wir jetzt wieder auf dem Level, dass wir uns bewegen können. So. Nach Hause bitte. Da drüben ist mein Zuhause. Da drüben ist mein Zuhause. Ja. Das ist Astarx. Dann sind wir im Home Sweet Home. Und ich werde mir im Moment ein bisschen aufräumen. Mich ein bisschen frisch machen. Vielleicht auch hüpf machen. Vielleicht habe ich neue Klamotten gefunden. Die besser sind als meine bisherigen. Und... Dann können wir mit irgendeinem Auftrag weitermachen. Den wir uns dann auch angucken. Und da drüben tatsächlich... Der Waffenladen, den ich im Blick hatte, hat noch offen. Vielleicht kann ich dem ja ein paar Waffen verkaufen. Lass mal ein Angebot sehen. Nichts lieber als das. So. Was gibt er mir denn dafür? 23. Also an Pistolen werde ich da oben diese rote behalten. Die hat 92. Oder haben wir noch irgendeine Pistole, die besser ist? Ne. Die anderen sind alle schlechter. Dann verkaufe ich jetzt mal alle Pistolen. Was mit der? Die hat 62. Ist aktuell ausgerüstet. Das bestätige ich trotzdem. Das finde ich aber gut. Dass er das dann sagt, wenn ich die aktuell ausgerüstet habe. So, dann haben wir eine doppelläufige Power-Schrotflinte. Die hat 90. Und die Schrotflinte, die wir ausgerüstet haben, hat nur 60 Punkte. Dann ist die ja besser. 0,77 Angriffe pro Sekunde. Und die macht 0,8 Angriffe pro Sekunde. Das heißt, ist auch da besser. 9 bis 11 Schaden. 5 bis 6 Schaden. Dann verkaufen wir die. Kaufen die beiden noch. 75 und 59. Dann verkaufen wir die. So, dann haben wir... Das ist ein Power-Sturmgewehr mit 80. Mit 77. Dann behalte ich doch das Rote. Und die anderen verkaufe ich. Das sieht doch ganz nett aus. Ich hoffe doch. Habe ich jetzt das Geld schon gekriegt? Ich hoffe doch. Ach, da unten. Jetzt habe ich das Geld gekriegt. Okay. Kann ich hier noch mehr Kram? Zum Beispiel den ganzen Quatsch? Ne, nicht den. Den ganzen Quatsch kann ich... Ne, den will ich auch nicht verkaufen. Okay. Bei dem ganzen Quatsch da. Junk verkaufen. 51 Dollar ist okay. Das muss ich mir nochmal angucken, bevor ich das verkaufe. Das auch. Die Granaten auch. Die haben mir, glaube ich, gegen diesen Obermotz ganz gut geholfen. Hier die... Die schicken Röckchen würde ich mal noch loswerden. Das ist eine Hose, die ist besser als die, die ich im Moment habe. Dann sind da zwei, drei Jacken, die schlechter sind. 10 oder 23, okay. Diesen Anzug von Malstrum würde ich mal noch behalten. Die Hose ist aktuell ausgerüstet. Okay. So, jetzt habe ich schon 8.000 Abbey's. Ich schulde dem... Ich schulde dem Typen, der mir... Alles klar. Oh, was ist das denn? Verstanden. Okay. Sicher. Willst du mir sagen, was hier los war? Hallo, ich bin doch hier Anwohner. Na? so dann schalten wir mal das laute Radio hier aus ok ach Gott, was habe ich denn da noch für eine ganze Ladung von Bullshit die schlechter ist als das, was ich gerade habe also schmeißen wir mal die beiden Stechwaffen da rein und dann rüste ich mich erstmal aus also als Hauptwaffe hätte ich gerne diese Pistole haben wir Aufsätze? Nehmen wir nicht als Fernkampfwaffe hätte ich gerne die hier auch keine Aufsätze für und das ist ein Powermaschinengewehr leicht aber irgendwas habe ich noch nicht, was ich dafür brauche ah, volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 6 die habe ich noch nicht, ok das heißt, das kann dann gleich erstmal in den Schrank und hier haben wir eine bessere Schrotflinte für die wir auch Knotation dabei haben das heißt, jetzt kann der Kram, den wir nicht nutzen kann ins Archiv also ins Lager so, das gleiche Spiel bei den Klamotten die sind beide schlechter als meine als meine gepustete Wolfsschulenjacke eine Malström Nettjacke hätte so an sich schon 23% was wäre, wenn ich die boosten würde kann ich den Booster abmontieren kann ich sagen, ne bitte nicht ah, ich kann immer nur eine eine mögliche Mord ausrüsten, ok die macht plus 19,3 die macht plus 5 Verringerung von anhaltendem Schaden und plus 5 Verringerung von anhaltendem Schaden und die macht plus 19,3 Panzerung das heißt, wenn ich die wegnehme wegnehmen geht gar nicht ich könnte sie durch eine schlechtere wird zerstört nein, 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 ok zerstören mag ich nichts dann bleibt das bei den Klamotten so unten drunter trage ich so ein Bodysuite mit 19% Panzerung oder 19 Punkten Panzerung hier war glaube ich noch eine Hose die ich anziehen kann die besser ist das heißt auch jetzt Schuhe alle Dinge, die ich nicht trage kann ich in mein Inventar verfrachten also den und den und den und den und das eine Antipersonengranate aktiviert 21 Laser die 5 Sekunden lang Schaden verursachen das ist ja böse das ist meine Brandgranate habe ich 4 von das ist eine EMP-Granate das ist eine Blendgranate und eine Splittergranate dann würde ich die Splittergranaten mal als Standard Inventar Inventar aber das Wissen dass ich hier MP-Granaten habe ist auch gar nicht so verkehrt die hätte ich gegen diesen Cyborg wahrscheinlich noch besser einsetzen können gegen den wir letztes Mal gekämpft haben ok jetzt gehen wir mal die Cyberware da haben wir glaube ich noch ein paar spannende Dinge gefunden das wäre einmal ein Gefahrendetektor markiert automatisch Gegner die dich entdeckt haben cool und eine Sprengstoffanalyse noch mal Explosionsradius checken so das ist jetzt kann ich nur so ein bisschen Preise vergleichen 177 Wert das ist 89 Wert das heißt das ist wertvoller erkenne ich das ist selten das ist ungewöhnlich was auch immer die höherwertige also ich würde glaube ich eher mal die Gegnermarkierung machen ok perfekt wenn ich den Rest behalten darf ist das hier super dann kann ich mir das ja aufheben für wenn ich später bessere Cyber Augen habe so was ist mit meinem Cyber Deck da hätte ich noch einmal Ping einmal Optik Neustart und einmal Speicherlöschung sorgt dafür dass das Ziel den Kampfmodus beendet ich finde Kurzschluss und Waffenglitz aber immer noch irgendwie besser ok hier kann man nichts machen und hier kann ich auch dann müsste ich sozusagen das müsste ich mir einbauen lassen so dann kann ich jetzt noch leveln Konstitution 6 dann haue ich hier die Intelligenz noch eins hoch er hat den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern um 25% ok hört das Bewegungsthema um 20% während du schleichst das ist doch mal gut nachdem du Gegner neutralisiert hast erlst du 10 Sekunden lang irgendeine Berserker Geschichte das würde ich nicht technische Fähigkeiten erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten das klingt doch gut dann traue ich mich vielleicht überhaupt mal was zu zerlegen und hier hätten wir Mechplünderung hätte ich das sozusagen vor dem Einsatz letztes Video gemacht hätte ich da 25% höhere Chance gehabt verringert Explosionsschaden das und halt beides so dann haben wir damit jetzt alle Dinge die wir leveln können gelevelt und können uns jetzt anschauen was es noch für Aufgaben gibt das wäre also immer noch möglich zu sagen ich fahre dann nochmal hin und versuche nochmal die Anna Hamill die hatten wir in einer Mission die hatten wir verkackt das haben wir nicht geschafft wir könnten weiter die Kundin spielen und unsere Hauptmission weiter betreiben oder könnten zum Beispiel bezahle deine Schulden achso es sind keine 12 es sind 21.000 da komme ich noch nicht ganz mit was ist das denn bei uns in Helwood gibt es eine Tradition an deinem 16. Geburtstag schenkt dein Vater dir eine Waffe ich habe keine bekommen weil ich einen beschissenen Vater hatte aber dein 16. ist schon eine ganze Weile her oder höchste Zeit dass du dir mal eine ordentliche Knarre besorgst das klingt doch gut verfolgen wir das Ziel doch mal dass man hier einfach so mit Waffen rum hantieren kann ohne dass gleich alle Welt die Polizei ruft Nein 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 wer macht hier Werbung so da drüben kann ich mir eine Waffe abholen echt habe ich eine geschickt gekriegt hol die Waffe bei Wilson ab das heißt irgendeine müsste jetzt kostenlos sein die hier ja die kostet null was die kostet 8000 was ist das für ein Monster Ding und wo ist die die es für null gab muss ich die jetzt erst Junk verkaufen mache ich einen Junk für 6 Dollar ja und schließen und dann kriege ich die Waffe ah ok das kann die jetzt ich glaube die wäre wahrscheinlich eher was für 49 im Vergleich zu 92 3,8 Angriffe die Sekunde 5,5 Angriffe die Sekunde die schießt schneller macht er immer nur 8 bis 9 Schaden okay die macht 21 bis 26 Schaden sorry nach dem Nachladen werden die kritischen Treffer Chancen die Art des Schadens und der verursachte Status Effekt per Zufall neu bestimmt viel Glück boah das ist ja krass deswegen heißt die Chaos ach das ist die ikonische Waffe das ist die die ich aus diesem Mac rausgeholt hab so zwischen 8 Uhr und 6 Uhr soll ich mich zu Lizzie's Bar begeben habt ihr vielleicht noch irgendwelche Infos für mich was hier passiert ist okay und eine Messerattacke so so hier könnte ich Boxen lernen aber ich glaube tatsächlich wir fahren jetzt noch wir fahren noch zu Lizzie's Bar krass 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 Okay, fahren wir zum Lizzy's. Was sind die straßen schön leer nachts? Was hat ihr denn für Figuren? Was ist denn das für eine krasse Werbung? Also schütze dich vor Selbstmord für deine Karriere, indem du diese Pillen nimmst. So, Madame. Hey, selber Zuckerschnute. Braindance, was habt ihr so? Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummibro. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normal-Synapsen. Denkst du, das verkraftest du? Och, äh, ja. Maßgeschneidert? Verdammt. Das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grabsch. Gefällt dir jemand, fass sie nicht an. Wähle im Katalog. Bestell einen BD und verzieh dich in die Kabine. Ah, ja. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Hahahaha. Oh, was für ein süßes, kleines Gesichtchen. So, und was dieses süße, kleine Gesichtchen nächstes Mal hier drin erlebt, das sehen wir nächstes Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Wenn es heißt, wir gehen in Lissis Bar. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Macht's gut. Schöne Grüße. Ein Klappautermann. Bis zum nächsten Mal.